So, jetzt haben sie gerne rechts. Schon auf dem Punkt steht der Rest. Kleines All-In und dann lasst sie gleich. Probier's mal. Ich hab mal. Passiert. Ich muss sagen, ich bin schade, dass wir ein Video nicht skippen können, aber von der Aufwachung her. Links, links ran. Arthur, links ran. Haben wir einen neuen dazu bekommen? Was auch noch? Mit dem Sergeant Alex, Alexa. Nee, das ist ein CR. Warum hat er sich nicht reichen? Weil die mit uns das Match-Reed geht. Ah, okay, okay. Sind nicht, gehören nicht zu uns, aber schon nichts mehr. Wir haben hier dabei. Wenn du respawnst, was ein Problem? Ja, so. Nichts. Ich weiß nicht, was du machen willst. Nein, nein, wir sind mit uns. Wir sind mit drei Leute, also wir sind mit euch. Na, zwei Leute. Ja. Oh, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja. Ich bin... Hier sind alle Leute, also... Ich bin... Pfff. Ich habe nur einen Husten auf diesen Leute, also... Ich bin... Oooooooooooohhh. Für fuck's sake. 18 Sekunden 18 Sekunden Oh ja So, company right Face White face Shoulder arms Shoulder arms Conto march by face left Conto march by face left March Conto march by face right March March Creeper foe High Off Conto march by face right Conto march by face right Conto march by face right North I got a Ich kann euren Namen jetzt nicht lesen. Arthur, kommt nochmal mit. Haben wir noch eine Aufbau in der Regel? Ich bitte zuerst den Schmerz den Arsch. Hügel, 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 Hügel! Oh, das ist es! Überhinschaust. Der Sturm ist auf der Weg. Wir haben immer noch Feinde im Osten. Direkt an der Ecke. Ja. Berselton wieder im Moment. Ja und hier direkt. Einmal in der Fire. Fixed Bionet. Fixed Bionet. Fixed Bionet. Und dann braucht man zwei Ringer, da können wir vorne möglicherweise was wieder aufmachen. Wir haben deutlich viele Verlustrasser. Sie kommen näher. Mal schauen. Näher und rechts, da kommen die auch näher. Die sind rechts. Und wenn ich es richtig sehe, ist es dahin. Vorne zum Fenster. Können wir neben den Panel? Fire! Wir kommen, links. Sollten die Chargen. Geht ein Schritt zurück. When they charge, go step behind the wall. One stop away from the wall. I serve. Sind die? Ganz ruhig. Lass sie nochmal aufkommen. Die labern dann wieder. They will reload and come back. Oh, sie kommen. Sie kommen. Flagge voraus. Okay, in the panel. Super Schüsse. Haha, sie gehen zurück. Ich hab einen eben. Ich fliehe, guys. Wait, were you fliehen? Was ist hier looten? Äh, F? Na. Unterschätzung. Was sind die Helmi in the east? Obwohl sie da sind. Ja, aber ich schaufe. Es war nicht viel. Es war nur die Flagge. Es sind die Leute. Ah, sie gehen nach rechts. Äh, sie gehen nach rechts. Sie gehen nach rechts. South-East. Okay. Wir sind die Hände weg. Okay, da. Wir sind die. Should we help him? Or stay? Ja. We need to see the techie sales. About face. About face? See you. Have you left of the tree. Kompany, take aim. Left oblieue. We see the flag. We see the flag maybe. No. He's in it. Oh, they run over, please measure. Keinen Winkel zum Schießen Ich kann auch nicht Ika-Varbs Ika-Varbs Die kommen bestimmt wieder in der Ecke Ja da da weg Mach Verstattung Oh Oh Hau, ziehen sich zurück Mach mal eine Linie draus Es geht wirklich schon Der zwei Ränge von mir Wenn die Ruhe da ist Kompany Wenn ihr Hilfe braucht Schickt uns bitte den Messenger Alles klar, okay Kompany Weiferts Right 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 Left Left Da kommt jetzt wieder was Wir Save and clear shots Left Left side Left oblique gentlemen Weiferts Right Weiferts Right Michael, bitte Need for reload Wahrscheinlich kommen sie gleich Weg sind wieder auf der rechts Seite der Steinmauer-Knie-Nix Ja, ist also in Ruhe Ich glaub die ja der knie ja die laufen links hoch rechts Südost Beschuss ganz ruhig da ist auch die Flagge First Lieutenant tot Juri ist im Command Feindliche Fahnen der Ute Westen ganze Einheit Juri ist Enemies Northwest und Southeast Juri ist in der Command Juri ist in der Flagge Juri ist in der Flagge Wir werden von links gerade auch weggenommen ja First Lieutenant in Command Juri ist in der Flagge Juri ist in der Flagge An den Zaun ran An den Zaun ran Ah vorne Von rechts Ach guten Tag Löhle Aufgestorben Jo Wurde von rechts weg geholt während ich über die Mauer gesprungen bin Erstmal liegen Was das war Wahrscheinlich eine Kugel Der Moya ist auch hier Auf dem Stein bist du auf jeden Fall nicht ausgerutscht Hast du deinen Rücken gebrochen Gnick gebrochen Ausgerutscht und den Gnick gebrochen auf der Straße Oh die Pfade sind Sie sind ausgerutscht auf dem Stein Junge Ich hab nur noch irgendwas mit Trötel gehört und dann auf einmal kam Zup Einen konnte ich abstimmen We are waiting for you, 2nd Lieutenant Einen konnte ich von den Ex-Leuten abstechen Ganz gut, aber wir beleidigen mich, oder nicht? Das machen wir erst wenn wir richtig gut gepissig sind Ok Alrighty, let's go down quick after me Wie heißt das? Or me, whatever, I don't care Wollen wir nicht auf den einen passen? Wir schießen ja immer noch links, ey Jaja, das ist noch ganz links Das sind richtige Pässe Nur aufpassen Einmal anschließen Halt Hallöle Nach einem wunderschönen Götter Ratter Geil, der ist ein Schuss Geil, der ist ein Schuss Ich beikommt Wir sollten ihn nicht nur entschrecken ein Jager töten Wo sinds denn? Nord-Western Im Nordwesten Wir haben Feinde rechts Wir haben Feinde rechts Oh ja About face Independent Independent Feuern No, auf klare Sicht Warte, um rechts oder so zu Links dann Assault 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 Komm her Komm her Kama Awww Awww Das Weg mit dir Super! Andy Steinbauer! Steinbauer! Single rank on my right side and independent in the north west. Independent in north west. Ah, ich hab heute abgekriegt. Das war schön. Das hat dann nicht gefallen. Das war Ripper. Irgendwie liegen die Ramput. Geil! Oh je! Single rank on my right side. 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 Du hast left. Ja. Du bist da. Independent to the north west. The enemy is hiding at the stone wall. Am Ende des Zauns weiter die Straße runter. Dort hängen sie... What the fuck is they are actually doing? They are trying to make a shot. So they're shooting. Sehr kammer. Aufstehen. So, was ist passiert? Ich bin mal wieder mein Platz ein, ne? Ja. Ich bin mal wieder mein Platz ein, ne? Ich bin mal wieder mein Platz ein, ne? Ex drauf eingelassen. Auf hier ist nichts passiert. Ja, guck mal. Wir haben den nicht weggenommen. Nichts aufregendes. Käfchen, Kekse. Nö. Nichts aufregendes. Er hat nur die halbe Welt verpasst. Wir haben drei, vier Charges gestoppt. Aber ansonsten... Das ist nicht so krass. Die Runde sind schon halbwegs vorbei, aber... Die stehen wieder rechts auf. Rechtsbewegung. Rufen haben wir jetzt seit... Ganz ruhig. Ganz ruhig, jung. Wenn wir auf die Befehle warten. Das ist nur ein... Auf... Nur ein Weg. Der Rest bleibt ein Schnee. Das muss sich jetzt nicht... Jeder in der Richtung drehen und dort hinlaufen. Die Befehle werden schon kommen. Kann so bleiben. Wir gehen jetzt weiter, glaube ich, über rechts. Und... Scourten von dem Zeug. Ich hab hier... Ich würde besser gesagt, die warten bis wir da hinten... Wo steht denn dazu? Das ist ja auch nur bis an der Leiche. So geht's. Ja. Du stehst und du's vor der Rolle. Erstens ist er noch nicht wirklich tot. Fahne da! Eine andere Fahne! Mach jemand anderes das mal bitte. Danke! Ich hab's ja. Wir gerade ein bisschen Peng Peng machen. Ja gleich. No no! Los ist mein Verzeih. Ehh... Erschießt sie! Erschießt sie! Erschießt sie! Erschießt sie! Erschießt sie! Der Arctillerie war schrecklich. Nachbar, nachbar ist nicht in der Linie Ihr seht ihn auf, der abgibt Aber aufzuführen wird es nicht Dann chargern wir ihn, wenn er den Ball abgibt Ah, siehst du dich Ja, ich seh's Über die Maul 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 Fürst Lieutenant ist wieder da Über die Maul 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 Wir gucken immer noch alle Richtung Wir suchen Wir suchen Wir sind nur über die Maul 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 Ich will dann lass es. Nur mit Weill. Ich seh' ich's feier. Ich mein' dann, wenn wir ihn jetzt nicht treffen, dann muss doch alles gut sein. Wir verteidigen. Brauchen wir auch nicht zurückschießen. Dings Bug, dass ich jetzt alles im... Fernglas brauche ich's sehen. Was könnte denn vortausen? Ich seh' wieder einen an der Mauer. Zwei, drei. Da ist er. Sie feiern. Es gab noch keine Befehlungen. Okay, wir können independent to the south east at the stone wall. 4 shots. Es muss umkippen, ob das er zählt. Das ist doch alles in Ordnung. ganz schlimm. Wir haben den zuerst überlegt. Kannst du bitte zwei, eine Schritt auf und rufen? Das ist gut Ich denke Das ist doch super Das sind ja so schlechte Schieße Wird das für ein scheiß Volk Alter Ja Blacky, ich weiß Aber hier müssen ja alle Leute Ja ich kann nicht hier stehen Ja ich kann nicht hier stehen Spide in the rank Ja Das ist so lustig Wenn du keine Worte in hier Nein, ich bin aus Belgien Ich verstehe ein bisschen Deutsch Ich verstehe das nicht Nein, nein, nein Ich weiß Schweinerei Und Scheiße Das ist ja Oh, das ist ja derart Trace Windpacks Ich weiß nicht, ich weiß nicht Also checken die alle für schlechtes Schieße Hör da auf Hör da auf, Hör da auf, Hör da auf Hör da auf, Hör da auf Hör da auf Ich nutze nicht mal ins Deckung Da steht noch einer Hör da los Da steht, was, hä? Ja Ja Er steht noch Er steht immer noch Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Schön, da schweiß Jetzt treffe ich einen In den Zonen Geladen Nein So War echt geil Ist bei uns Welchen packen? Eine Sekunde später Ich seh alles Ähm Die ist für den Fernklassen Der ist noch Der ist noch Der ist noch Der kommt noch einer Dann noch ein Zweiter Drei Mann Dann noch ein Zweiter Dann noch ein Zweiter Oh , jetzt sollte es gefixer Einmal ich Oh, ich bin nervig Farnel Farnel Farnel, gesehen Farnel steht schon Ich denke wir haben ihn zu rechts Hey, wer ist denn? Ja Hi 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 Ist der erste Lieutenant tot? Glaub ich schon? Mir juckt, der Lieutenant ist reingeschlappen Wohle ist besetzt Wohle besetzt Ah, Dragon Incrown? Da ist er auch Da ist der Lieutenant wieder da Okay, gut Yeah Reit mal, kniet da einer, oder ist da ne Leiche? Ich weiß nicht, wie die Leiche sind Mit Knien, ne Leiche Mhm Der konnte leider nicht mehr gar nicht umgehen Gott schützt Kompany, About Face About Face About Face Kriegen wir aus West So Verge Wohle von der rechten Flanke, die in Konflikland Schoki, wir haben gecharpt werden und ich bin deine Lebenssicherer Alles klar Du wärst davon verhören Darf ich wohl... Okay Das haben wir aus Westen kann doch Darf ich schule, oder? Hier ist einer Wir halten die Fahne und wir halten die Fahne Jaja, gut Ich lasse schon Hier ist erstmal ein Feuerzeug, oder? Der Feuer Die... Naja, da ist die zweite Fahne aufgetaucht Die Ceasefire Ceasefire Die stellen sich am Eck auf Wird der Tenant explodiert? Oh mein Gott Oh mein Gott Ordnance Sergeant in Command Okay Jesus Über die Mauer zum Ordnance Sergeant Und Die umgehen uns jetzt links Und dann Zwei Ränge auf Wir rollen sie Genau Da kommt Formieren 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 Links verstärken Links verstärken Gassi Come on Wir renken nach 90 Grad Wir kommen Wir kommen Wir warten Wir warten Wir warten Das Feuer halten Bis zum Befehl Warten Wir gehen weiter Sorge Achtung auf Team Heels Lass Sie rüber kommen Was Was Sie erschießen Nicht erlaubt ARGH! Ja, die haben wir jetzt schon nur noch. Kommt uns! Fick, bin ich! Bin ich, bin ich! Ich denke, da ist ein lefty. Wann die Ranks folgen? 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 Auf meine links, nicht auf die Ranks. Mojo, keine dritte Reihe, links anstellen. Alter, da wollen wir, bist du da? Ey, dicker! Ey, dicker gibt's hier nicht! Reload! Haben wir jetzt den Punkt verloren? Noch nichts! Wir sind jetzt der Aktion, der ist wirklich gut. Jani ist selbst dann. Behind me! Company! Beifels zu Recht! Beifels zu Recht! Beifels zu Recht! March! Charakter, bitte! Erste Double! Mach! Beifels zu Recht! 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 Keine her! Beifels zu Recht! Keine renter! Beifels zu Recht! Oh Thank you wir stehen hier wieder an derselben ecke ja ja so wieviel haben wir da links haben wir rechts haben wir glaube ich noch ein paar ja ok deine fahne wedelt mir im gesicht danke das war leid und schläge ins gesicht das halb abgebissen die wiederholung an die mauer Da unten, in Osten Weitkontakt! Osten läuft nach links! East! Wir haben ihn ganz kurz laufen sehen Wir werden wahrscheinlich wieder kommen Ja! Wir werden die Panel frei Wir kommen! Wir kommen! Jawoll! Sauber! Ich glaube die haben wir gut dezimiert Töte das, bevor Reier legt Fabric! Die wieder rechts, Süd, und Ost Fabric! Ja, rechts! Seht ihr sie? Könnt ihr sie? Hier kann sie hängen! Könnt ihr die Neal? Neal! Ja, rechts! Das ist ein Schweres 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 Sie Aufpassen Jungs! da ist einer der kommt am zorn der samm zorn geschießt und der tot die schießen alle gegen boden unten durch die unterste spiegel Wenn ihr den Zaun seht, dann könnt ihr eure Köpfe füßen. Mal in der Pendantfeier. Ja, in der Pendantfeier. In der Pendantfeier. Reload. Man sieht ja nur kleine Köpfe da. Dann sorgt dafür, dass die Klaxen. Oder deren eigener Arschel. Die macht das irgendwann gut. Die sind einfach ganz spannend. Ich kann nichts von der Smokin sehen. Ja. Einfach in den Smokfeuern. Ist Snoop Dogg hier oder was? Ich bin in den Smokfeuern. Ihr müsst ja an die untere Regeln. Ja, wir haben jetzt wieder ein Schlag. Ihr seht den 1er aus. You can see the enemy through the smoke. Oh no. There are a lot of bugs here. Look at the pile over there in the corner. It doesn't matter. Yes. Stay calm. That's normal. We've been through them. Brothers and brothers and... Brothers and... Brothers and... Rebels. They are sleeping. They are sleeping. They are sleeping forever. They are sleeping forever. Oh shit. They're just like me. They are now in the room. They are now in the room. Finally. Get it in the room. Get it in the room. I got it. I got it. I got it. Perfect. I don't know what my mouth is doing, but yeah. I got it. That was my knife. I got it. South. North. South. South. Back this side. Clear off the enemy. Kill! Die geschlagen Ja, weit genug weg Ja, ja Theoretisch könnten wir auf die Arte revolien Ich mein, wir werden... Das wär schön Kill Die sind in den Norden Ja, dann darfst sie gerne erschießen Die pushen aber immer so einzeln vor Ja, dann Dann sollten wir sie auch einzeln erschießen Nicht alle auf einmal ballern Wie würde der Major jetzt sagen, saubere, erzielte Schüsse Spiegelschießer Nee Wir richten die Kanone schon nicht so Richtung Punkten aus Das heißt, wenn wir hier überrannt werden müssen wir den oberen Anführungssteinen Bewegt ins Norden Ja Feind, die Mauer unterrichtet Ost-Ost Bewegt ins Süd-Ost Die kommen aber auf uns zu Ja, die kommen Wir sind der Mauer Watch out We are charging, watch out Nice shot I got one I got one I got one Yeah, you're doing great North-West Yeah, you're not talking about hamburgers Yeah, you're not talking about hamburgers 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 Pretty easy Ha! Cheeseburgers We are not talking about No 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 We are out We are out West We're back in the zone gut independent shooting off i'll be good if i had a cigar right now no we're smoking in battle we're already smoking enough to fall yeah Snoop Dogg is here already busy so... give it that he'll light the smoke he'll be back that's my first response Wir haben eine Flage in Nord-Osten Denk dran, wenn sie kommen Wenn sie kommen, wenn sie einen Schritt kommen Back Let's jump over the wall Und kill them I think at 4.30 or 4 They will take, they will charge Yeah, it's very important, guys Enemy north west, north west On the left side, they are charging Here What are they doing now? Left side Left side Back rail We have to go to the left side Good, the officer is dead Den habe ich getötet There comes any charge There comes more Ah, there is dead Okay, they come Friendly, friendly Friendly Yes, you have just shot one of us North west Hold the line, guys Hold the line Hold the line Guys Good job, guys Good job, guys Zurück an die Steinmauer Hust Hust Hold the line Hold the line Hold the line Reload your guns Hust Hust Enemies east Coming At least one Flankenmann Nord-Nord-Ost Vielleicht macht ihr den Elitiert aus Make a line Two rags Direction aus Bist Lieutenant Richtung Süd-Ost-Ost die Steine mal runter A beðaue Basta Lungen Hau Darf Hau Fakt Zene 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 Untertitelung des ZDF, 2020 John Hall, who would become the U.S. Armory's first superintendent, would occupy the property just west of the cemetery, and with the government's help made additions and improvements to the original cottage and outbuildings. In 1848, Superintendent John Symington redesigned the road and armory housing layout for Camp Hill, including the demolition of the Hall cottage to make way for the new paymaster's quarters. With the burning of the armory itself, many of the government buildings on Camp Hill were overtaken as officers' quarters for the local garrison, alongside the tent city which had sprung up on the hillsides. Like many graveyards of the 19th century, the Harper Graveyard remained a peaceful and quiet getaway from the bustle of town and its several industries for the local citizens. Many of the most prominent townsfolk and veterans of many wars were buried and remembered there, including several veterans from the Revolutionary War through to the Mexican-American War. General Miles might have used that quietude as he considered the troops put in his care to defend against half of the Confederate Army, saying of their quality that many had never had a gun in their hand until the boxes were opened and the muskets issued to them yesterday. That, in part, was perhaps a large factor in its decisions to come.